Oh, wie hübsch ist das denn? Wow! Das ist ja mal eine mega hübsche Rakete. Oh, schade, dass sie jetzt geht. Tschüss, Rakete. Tschüss, Bla... äh, Blam. Tschüss, Pflanzen und Samen. Das war das Zwischending zwischen Sam... Sam. Oh man, ich kann ja richtig reden. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge Planet Crafter. Ja, ich nehme jetzt gerade quasi schon wieder auf. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich die Folge ein bisschen weiter nach hinten schieben müssen, weil ich weiß, dass es nicht jeder von euch so gerne mag, wie ich es mag, das Spiel. Aber wie gesagt, die Leute, die es gerne mögen von euch, die finden es auch ziemlich gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele mal weiter, weil es ist gerade für mich persönlich sowas von krass spannend. Die Biomasse schießt in die Höhe und jetzt wartet mal ab, was passieren wird, wenn wir gleich unsere Rakete in den Himmel schicken. Dann haben wir nämlich eine 1000% erhöhte Biomasse, Wachstums, was weiß ich was. Also, ja, ihr wisst schon Bescheid. Also, ich schicke jetzt meine Rakete hoch, meine Pflanzenrakete. Ich glaube, ich habe ja beim letzten Mal mir extra alle Sachen eingepackt. Wer hätte sagt, dass ich gut war? Ja, Gott sei Dank. Da hast du schon, ich habe irgendwas vergessen, aber nee, es ist alles da. Wir haben ein Raketentriebwerk, zweimal Superligierung, ein Dünger, einmal Lirmasam und eine Baumrinde. Und was bekommen wir? Pflanzenvermehrer 1000%. Erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich das Moos ausbreitet. Durch die Verteilung von Bakterien vom Weltall aus wird ein planetenweiter Bonus aktiviert. Und das wird, glaube ich, richtig cool. Also, schauen wir mal. Wir haben ja jetzt gebraucht, um diese Baumrinde zu bekommen. Oh, wie hübsch ist das denn? Wow! Das ist ja mal eine mega hübsche Rakete. Oh, schade, dass sie jetzt geht. Tschüss, Rakete. Tschüss, bla... Blam. Tschüss, Pflanzen und Samen. Das war das Zwischending zwischen Samen und Samen. Oh, Mann, ich kann ja richtig reden. Ich weiß nicht, ob jetzt gleich auch noch irgendwie so ein Raketenregen irgendwie folgt. Oder einfach nur ein Sturm. Vielleicht sollten wir uns einfach schnell mal wieder verpeseln. Äh, könnte es gefährden... Kommt da was? Ist das was? Ne, ich glaube... Oh, wow! What? Hä? Hä? Voll schön! Leute, das sieht jetzt wirklich aus wie Glühwürmchen. Wow, das ist ja sowas von cool. Ich muss unbedingt gucken. Oh, was? Essen! Ich habe mir gerade kurz alle Knochen gebrochen. Ich wollte auch noch gucken, wie das hochschnellt, diese tausend... Schnell rein, schnell rein, schnell rein! Ah, ich bin gegen die Tür gerannt! Da, 9,3. Hä? Hä, du spritzt ja hier rein, mein Fenster ist undicht. Was soll das? 9,35. Das ist ja gar nicht so... Okay, das ist cool hier. Hm. Aber die haben gesagt, es geht schneller mit dem Moos. Oder bin ich zu spät? Vielleicht war ich zu spät. Wo sehe ich denn, wie lange das immer anhält? Noch sind diese grünen Dinger da. Das ist ja mega. Das ist ja sowas von spannend. Ich würde hier am liebsten direkt noch was vorbereiten. Wie funktioniert denn das nochmal? Also, wie kriege ich nochmal hier Triebwerke? Ach so! Iridiumstab, Uran und Superlegierung. Zwei Uran. So einzelne Uran, das geht hier immer noch. Nein, ich habe natürlich schon wieder meinen Uranstab irgendwie verdödelt. Nicht verdödelt, sondern ich habe ihn verbraucht. Was brauche ich denn da immer? Reicht das schon? Ja. Okay, das reicht. Ich denke mir halt immer, so einen Uranstab brauche ich. Zweimal. Na komm, wir stellen nochmal zwei Raketentriebwerke her. Ich muss immer einen da haben, falls ich mal... Moment. Falls ich wirklich nochmal hier irgendwie Energie brauche, dann habe ich ein Problem. Ne? Weil ich glaube, ich brauche jetzt immer drei... Ich brauche ja immer drei Uranstäbe. Nein! Muss ich schon wieder so eine Uranrakete runterholen? Hm. Ich weiß ja nicht. Naja, Superlegierung geht ja inzwischen wieder. Jetzt fehlen nur noch zwei Iridiumstäbe. Oha, da habe ich auch richtig krass was rausgehauen. Upsi. Ne, Moment mal. Ich glaube, ich stelle einfach mal direkt ein paar her. Ich brauche wieder so. Das würde ja wohl reichen, oder? Für zwei? Oder nicht? Nein! Was? Es reicht nicht. Boah, das ist aber heftig. Also jetzt habe ich ganz schön viel verbraucht. Ich habe ja auch relativ viele Heizungen gebaut. Das ist jetzt natürlich heftig, ne? Ich baue mal zwei Raketentriebwerke, weil wir sicherlich immer wieder auch Raketen brauchen, die uns hier supporten. Okay, also wir könnten das jetzt nochmal machen. Wir haben definitiv nochmal Baumrinder hier. Das muss ich mal wieder einpacken. Oh, ich bin gerade entsetzt, dass wir nur so wenig Iridium haben. Oh, das ist das gleiche wie mit dem Aluminium. Das ist auch irgendwie komplett zur Neige gegangen. Ich hatte hier die ganzen Schränke voll. 10,6. Okay. Ich glaube, es hält immer noch an. Ne, doch nicht. Das ist ja schade. Ich dachte, das hält ein bisschen länger. Wisst ihr was? Ich hole mal eben wieder ein paar Sachen und sorte hier Dinge ein, damit ich wieder normal bauen kann. Und dann, wenn ich das fertig habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist ja gar nicht voll. Ich habe ja hier noch ein bisschen, ein ganz kleines Büsschen Aluminium. Ja, komm. Ich glaube, ich gucke mal, dass ich die Sachen hier mitnehme. Ah, hier habe ich ja noch Weltraumnahrung. Und draußen höre ich schon wieder Prasseln. Ich glaube, ich werde das einfach mal einpacken. Oh, wie schön. Das wird jetzt sicherlich dazu beitragen, dass wir bald auch ganz viel Moos haben. Hier ist wirklich einiges kaputt gegangen, habe ich das Gefühl. Ja, wo wir hier gerade schon vorbeifliegen. Ich trinke mal was. Ich könnte jetzt auch einfach den Mund aufmachen. Aber nein, das funktioniert leider nicht. Ich stelle hier mal alles fertig ein. Oh, oh. Oh, Kobalt ist voll. Huch. Ähm, ja. Ah, wie kann ich denn jetzt meinen Kobalt hier benutzen? Ich brauchte für irgendeine Rakete Kobalt. Aber nur, um das jetzt rauszuhauen, ist das natürlich doof, ne? Okay, warte mal. Wir machen das so. Ich stelle jetzt einfach zwei Superlegierungen her. Weil das braucht man nämlich immer. Dann bin ich das losgeworden. So. Zwei Mal Superlegierungen. Und weg ist das Zeug. Ah, hier habe ich sogar noch leere Schränke. Oh, wait. Das ist ja auch gut. Was mache ich denn damit? Ah, das darf ich nicht vergessen. Ich könnte natürlich auch noch mal ein bisschen rumfliegen. Und hier hinten mal reinschauen, was da sich so versteckt. Moos. 12,15 Biomasse. Also theoretisch dürfte es jetzt nicht mehr lange dauern, bis wir irgendwas Neues wieder entdecken, ne? Die ganzen Werte gehen halt krass hoch im Moment. What the hell? 1,7 Tonnen. Nein, bei 35 Tonnen. Ah. Oh, weia. Okay, das ist doch noch ganz schön weit weg. Nee, jetzt wird das dunkel. Jetzt kann ich doch nicht rausgehen gerade. Das könnte ich mal machen. Dinge ernten. Ja, das darf ich nicht vergessen, ne? Das ist immer wichtig, die ganzen Dinge abzuernten. Besonders jetzt hier mit den Auberginen. Gemüse. Habe ich ja gesagt, wir lassen mal die Sachen hier. Ah, nee. Eine Bohnen muss ich noch mitnehmen. Sonst habe ich nichts zu essen für unterwegs. Und ich glaube, ich esse auch mal demnächst wieder Kürbisse. In dem Raum hier sieht man immer, dass es gerade tiefste Nacht ist. Es ist einfach so dunkel. Das hat jetzt richtig viel gebracht. Wir haben jetzt so viele Auberginen. Ich mache jetzt einfach folgendes. Ich fliege jetzt hier in der Nacht nach da hinten durch und hole mir die ganzen Schwefelsachen ab. Und dann können wir mal in diese Richtung laufen, weil da waren wir auch noch nicht. Und ich weiß, da ist was. Da sind nämlich so Sachen so quergestellt. Das habe ich schon gesehen. Und, ah, Moment. Hier hinten war ja auch noch einiges. Da sind wir ja nur bis zu dem Sandwasserfall, Sandwasserfall, äh, bis zu diesem Sandfall gekommen. Und links, rechts habe ich, glaube ich, gar nicht geguckt. Also hier irgendwo, da geht es doch bestimmt links, rechts weiter. Hier so, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir sind nur hier geradeaus durchgegangen. Cool. Ordentlich Schwefel. Feiner Extraktor. Feiner. Sehr schön gemacht. Hoffentlich hatte ich kein Kobalt drin. Hier, Eisen. Das bräuchte ich mal. Das muss ich noch mitnehmen. Oh, der See, wie hoch der kommt. Die Dinger, die, oh nein, die versinken ja wirklich. Oh, ich würde das eigentlich gerne mal abändern. Ich würde die gerne da abbauen, solange ich das irgendwie noch kann. Jetzt habe ich schon wieder so viel Kobalt. Das gibt es doch gar nicht. Da gibt es ja immer nur so viel Kobalt. Ähm, vielleicht tue ich das da. Ja, ich habe ja da hinten noch zwei Schränke. So vorübergehend oder so. Und dann muss ich halt drauf aufpassen, dass ich nicht so viel Kobalt immer mir hole. Ja. Ich schreibe mal Kobalt drauf. Kobalt. Rest. Irgendwie so. Oh, das war wirklich nötig hier. Schwefel. Da brauche ich dann doch immer relativ viel von. Und hier essen wir mal Gemüse. Kann ich eigentlich hier auch so Schränke reinstellen? Naja, weiß ich nicht. Also ich nehme erst mal, was brauche ich nochmal? Ich brauche zweimal Titan, um mir wieder eine Kapsel zu bauen, wisst ihr? Nee, das brauche ich nicht. Silizium brauche ich einmal. Und Eisen. Wo ist denn hier mein Eisen? Kein Eisen? Da ist Eisen. Das ist aber ganz schön mau hier. Zwei. Ah, da. Drei. Äh. Hm. Oh Gott, nein. Warte mal. Aluminium. Das sieht aus... Nee, das mag ich nicht. Das ist ja wie so ein Labyrinth, oder? Lass mal öffnen. Ah. Oh. Uran. Oh, I like. Ich mag hier überhaupt nicht reingehen. Aluminium. Da geht's wieder raus. Warte mal. Kann ich nicht Schilder bauen? Äh. Kostet ein Schild Strom? Nein. Das kostet keinen Strom. Ha. Das ist ja nicht ganz witzig. So, wenn man jetzt quasi hier so lang geht. Wenn ich jetzt hier so ein Schild dran mache. Geht das? Hallo? Kann ich das drehen irgendwie? Ach so. Da geht das. Guck mal, was ist, wenn ich jetzt so mache? Komm ich dran? Komm ich dran? Komm ich jetzt dran? Text ändern. Wieso? Mach ich einfach so ein Pfeil. Dauert zwar Ewigkeiten, aber okay. Ja. Ich geh mal ganz kurz Luft holen da draußen. Ja. Das ist, äh. Hm. Warum nicht, ne? Theoretisch kann ich auch hier schon mal einen Schrank bauen. Würde ich denn hier wieder zurückkommen, um dann hier meine Sachen abzuladen? Nee, wahrscheinlich eher da drinnen. Wir brauchen aber ja noch mehr Magnesium. Das heißt, ich nehme mal Magnesium mit. Magnesium für die Schilder. So, hier ist ein Schild. Wenn man quasi hier drauf zukommt, sieht man da ein Schild, da lang. Das ist ganz gut. Geht's hier weiter? Vielleicht geht's da auch wieder raus. Oh Gott, da geht's auch rein. Aha. Ach so. Hier ist, glaube ich, Ende. Vielleicht kann ich ja sogar drüber fliegen. Da war ja ein Chip drin. Okay. Äh. Okay. Das war krass. Da würde ich ja sogar fast einmal ganz kurz wieder zurückfahren. Äh, fahren, fliegen. Ich bin nämlich voll. Hier geht's auch wieder weiter. Hier halten wir uns hier. Da ist ein Schild. Oh. Was denke ich mir bloß alles hier aus? Ich hätte irgendwann gerne auch nochmal so eine Rückseitenansicht, dass ich hier von hinten quasi auch wieder reinkomme. Und ich glaube, ich baue die Heizungen um, Leute. Ich glaube, ich mache mir so einen Turm und baue da Heizungen rein. Da habe ich irgendwie Lust drauf. Aber jetzt habe ich erstmal Lust, das hier zu entschlüsseln. Vielleicht kriegen wir irgendwas ganz krass cooles. Entschlüsseln Sie den Mikrochip. Und wir bekommen... Ah, GPS-Satellit T3. Mh, ich sollte mal gucken, was ich dafür brauche. Oh ne, wenn ich das jetzt hier wieder einsortiere. Ich habe mir doch gerade die Sachen zusammengesammelt für eine Kapsel. Egal. Hundebüste nach wieder. Warum habe ich hier nochmal Superlegierung eingepackt? Für ein Triebwerk? Oder... Ach ne, die habe ich wahrscheinlich gerade gekriegt. Boah, jetzt habe ich aber richtig viele Sachen. Ups. Hm, packe ich das Magnesium ein oder nehme ich das mit? Ach, ich packe es glaube ich trotzdem rein. Nice. Haben wir nochmal zwei Superlegierungen hier. Ah ja, stimmt. Iridium hatte ich auch. Jetzt auch wieder sehr wertvoll. Uran sowieso generell immer wertvoll. Und Essen. Essen ist auch gut. Durst. Ja, gut. Durst holen wir uns natürlich direkt. Oh, den Rest lassen wir vielleicht auch hier. Ich hole mal nochmal was aus dem Wassersammler. Boah. Ich weiß gerade noch nicht so, ob wir es wirklich richtig krass brauchen. Aber lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Oh oh, ich habe keinen Platz. Äh, es ist voll. Ich brauche einen Schrank. Ich brauche einen Schrank. Einfach, ich brauche einen Schrank nur mit Wasser. Gut. Das ist wieder Eisenmangel. Ne, noch nicht. Noch ist alles gut mit dem Eisen. Oh, der passt ja ja gar nicht neben. Passt der hier hinter? Ich wünsche mir einen größeren Schrank. Das wäre cool. Es gibt bestimmt noch einen neuen Schrank, der noch größer ist. Wasser. Ich glaube, es ist auch besser, wenn das Wasser hier ist, weil Wasser braucht man halt häufiger mal. Und das wird eh irgendwann voll. Boah, haben wir viel Wasser. Ja, wir brauchen vielleicht doch erstmal kein Wasser holen. Das ist vielleicht doch ganz schön viel. Ich esse mal einen Kürbis. Boah, hat genau gereicht. Krass. Aber dann lasse ich das andere Wasser hier. Sieht das eigentlich sehr blöd aus? Ne, eigentlich sieht das gar nicht so blöd aus. Moment. Moos 17,1. Vielleicht können wir später nochmal eins hochschicken. Ich finde es schade, dass da gar nicht steht, wie lange das hält. Jetzt muss ich auf jeden Fall wieder alles Mögliche sammeln, ne? Ich muss gucken. Hier. Silizium. Titan. Noch ein Titan. Titan haben wir offenbar immer hier genug. Dann nehmen wir natürlich Eisen. Dann fehlen noch zwei Eisen. Einmal Magnesium. Ach komm, ich nehme noch eins. Jetzt gehe ich schon voll da hinten hin. Zwei Eisen fehlen mir noch. Hier ist noch eins. Komm schon. Hier. Da. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Da, wo wir herkamen. Ich würde halt gerne so ein bisschen weiter rein und mir da dann nochmal so eine kleine Base reinbauen. Komm ich hier eigentlich hoch? Oh. Oh. Okay. Kann ich das zerstören? Ne. Okay. Wieso kann ich hier rüber? Ich habe Angst, mich hier irgendwo festzubacken. Aber es sieht irgendwie so. Oh. Es sieht so aus, als könnte ich da rüber. Nein. Doch nicht. Ich will mich nicht verlaufen. Wo war ich schon? Ah, genau. Hier bin ich reingegangen vorhin. Da gehen wir erstmal weiter. So, ich will jetzt erstmal alles ablaufen. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Hier waren wir schon. Genau. Da bin ich zurückgegangen. Nicht, dass wir da noch eine... Ich weiß auch, dass da hinten noch eine Kiste war. Das weiß ich, Leute. Kein Problem. Aluminium. Hier geht es nicht weiter. Ich muss mich genau umsehen. La la la. Hier konnte ich wählen zwischen links und rechts. Aber das ist egal. Da ist eine Kiste. Moment mal. Vielleicht sollte ich hier noch ein Schild befestigen. Ich könnte jetzt überall Schilder befestigen. Das ist ja schrecklich. Da geht es nicht. Es geht halt nur da oben. Hm. Komm ich da dran? Ich hasse jetzt nicht. Komm ich dran? Ah, jetzt. So? Sehe ich das überhaupt? Ja. Okay. Rechts kann man lang. Hier ist eine Kiste. Sehr schön. Nachher... Nein, ich habe schon wieder so einen Chipsatz gekriegt. Nice. Hier mache ich nochmal ein Schild. Jetzt muss ich den Pfeil in die Richtung... Ich habe keine Ahnung, wie ich mich überhaupt wieder rausfinde. Oh Gott, ich muss hier was bauen. Ich baue jetzt hier schnell was. Ah! Ja! Wo war er? Wo war er? Bau es doch einfach! Hilfe! Lass mich rein! Oh Gott, wie knapp war das bitte? Ich war fast gestorben. Oh, ich meine gut. Ich habe ja auch mal noch Sauerstoff dabei, ne? Aber ich wollte es ja dann auch bauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding hier überhaupt stehen lassen soll. Aluminium? Oh Gott! Das ist alles so voll! Ich glaube, ich habe kein Magnesium mehr. Ja, also das ist ja schon mal gut, wenn ich da irgendwas sehe. Ah! Guck mal, da hinten ist auch ein Schild. Dann geht es bestimmt hier auch raus. Hier und dann rechts ist bestimmt auch so ein Weg. Oder? Oder auch nicht? Jetzt verlaufe ich mich gleich, Leute. Ich sehe es schon. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Da ist eine Kiste. Oh, hm. Aluminium. Das ist schrecklich. Hier geht es auch weiter. Ah! Hier sind wir einmal rum! Cool! Ey, super, dass ich hier so meine Pfeile habe. Hä, hä, hä. Dann mache ich... Soll ich hier auch nochmal so ein Pfeil hinmachen? Ne, hier ist ja eigentlich keine Kreuzung. Macht ja gar keinen Sinn. Hier wäre eine Kreuzung. Hier ist eine Kreuzung, dann mache ich hier einen Pfeil hin. Hm. Dann weiß ich da lang und dann geht es da hinten wieder zurück. Ah, hier geht es, glaube ich, auch raus. Oh Gott, was war das? Sieht auf jeden Fall hier so aus, als würde es hier rausgehen. Es ist so hell. Ja, hier ist der andere Weg. Oh, cool. Okay, jetzt sind wir einmal quasi außenrum. Haben wir denn alle Kisten? Habe ich jetzt alle Kisten mitgenommen? Ich gehe gleich da hinten noch einmal kurz Luft holen. Interessant, interessant. Aber auf die andere Seite, ich glaube, da ging es auch noch weiter. Oh, wir sind ganz hier hinten. Ah, stimmt. Ich bin auch schon wieder relativ voll. Richtig viel Aluminium mitgenommen. Und halt einen Chipsatz. Hm, den könnte ich ja auch nochmal mitnehmen. Ja, komm, den löse ich jetzt, wo ich hier hinten gerade bin. Dann löse ich den auch nochmal ein. Äh, also gucke ich mir den an. Ich bin wieder zu Hause. Oh, ich kann schon wieder ernten. Äh, wie viel kriege ich noch mit? Nicht so viel, leider. Ich sollte halt auf jeden Fall Aubergine noch mitnehmen, ne? Bin ich voll? Jetzt bin ich voll. Äh, kriege ich hier noch rein. Aber sonst muss ich erst mal die Aubergine mitnehmen, leider. Pilze. Kann ich auch mitnehmen. Dann entleere ich mich mal auf dem Weg. Jetzt haben wir wieder ein bisschen gesammelt. Aluminium und so. Was habe ich? Ach so, ich habe schon wieder Durst. Sogar eine Superlegierung. Nein, und schon wieder Kobalt. Aber auch Uran. Uran können wir immer gut gebrauchen. Oh, verdammt. Ich brauche noch einen Schrank. Ähm, ja. Ich habe so die Befürchtung, dass wir das hier einmal komplett unterteilen müssen mit dem Gemüse. Algen, Algen, Material, Gemüse. Ich habe leider hier keine... Oh, ich komme nicht durch. Vielleicht sollte ich hier doch nochmal ran bauen, ne? Ich kann das Fenster nicht rausbauen. Oh, Manu. Ach, ich brauche nochmal Titan. Titan und noch zweimal Eisen. Dann bauen wir hier ein bisschen um. Dann machen wir nämlich den Lagerraum vielleicht eher hier hin. Sieht nämlich nicht ganz so hübsch aus. Und dann machen wir eventuell auch nochmal so ein Fensterchen. Ah, dafür brauchen wir Kobalt. Mh, I like. Ich sollte auch was trinken. Ja, ich werde wahrscheinlich gleich noch mehr Eisen brauchen. Das ist natürlich doof, wenn ich jetzt hier ein Fenster habe und da dann meine ganzen Schränke da hinbaue. Dann habe ich da recht wenig von. Naja, erst mal gucken. Macht ja auch Spaß, immer wieder so ein bisschen umzubauen, ne? Komm auch von hier ran an die Algen. Ja, geht schon. Algen. Könnte natürlich auch hier quasi einen Zweitschrank hinbauen. Aber eigentlich finde ich das besser, wenn man so ein bisschen Platz hat. So, die kriegen wir auf jeden Fall hier schon mal rein. Dann haben wir schon mal einen Schrank umgezogen. Ist natürlich blöd, dass ich jetzt immer so voll bin gerade. Aber was soll ich tun? Nein, jetzt will der das Biolabor zerlegen. Ich will doch nur den Schrank zerlegen. Der da. Genau. Das möchte ich mitnehmen. Dann sortieren wir hier die ganzen Algen auch wieder rein. Zerlegen. Mitnehmen. Umziehen. Ach ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich das nicht nebeneinander kriege, ne? Nein. Das wäre schlauer gewesen, wenn ich das einmal nach vorne gezogen hätte. Verdammt. Muss ich das alles nochmal umräumen, oder was? So, ihr glaubt es nicht. Ich habe jetzt alles nochmal rausgeräumt, habe alles nochmal wieder reingetan. Ah, Algen. Algen. Einfach, weil ich sonst nicht so die große Möglichkeit habe, hier das nochmal zu verändern. Habe ich gedacht, mache ich es lieber gleich. Und dann kann ich mich hier nochmal einen Schrank neben setzen. So, wir werden auf jeden Fall hier noch ein bisschen mehr Platz benötigen. Vor allem das hier ist halt doof, ne? Material. Was soll denn hier hinten rein? Machen wir hier Material. Das ist ja sowieso das Ergebnis eigentlich von dem, was ich quasi hergestellt habe. So, Wasser. Ich meine, gut, man könnte natürlich hier hinter auch noch was lassen. Aber jetzt kommt wieder so ein fetter Sturm. Ich würde hier fast irgendwie so Gemüse dann hin tun, oder? Ich versuche mal gerade. Ich lasse mal die Fenster, Fenster sein. Ich mache mal hier das irgendwie hin. Was ist denn los? Hat sich wieder irgendwas verändert? Ich gucke mal kurz. 23,5. Ne. Eigentlich nicht. Eigentlich alles noch ganz normal. Soweit hier irgendwas überhaupt normal sein kann. Grüner Himmel. Ah, vielleicht werden jetzt hier... Ist das Moos? Es sieht so leicht grünlich aus. Ist das der Himmel? Ist das der Boden? Oder sind das meine Augen? Sind meine Fenster vielleicht einfach dreckig? Ich habe sie nicht gebootzt. Würde mir eh nicht sehen. Okay, mein Problem ist, wenn ich jetzt hier einen Schrank hinbaue, komme ich noch durch. Okay, das ist gut. Aber das könnte schwierig werden. Wir bauen hier hin. Pass mal auf. Was brauchen wir? Als erstes brauchen wir eigentlich mal Aubergine. Aubergine. Was? Aubergine. Dann kommt daneben Kürbis. Warte mal. War das überhaupt Kürbis? Oder war das mit Lohn? Ne, Kürbis. Und dann kommen Pilze. Wir nehmen erstmal nur Aubergine mit. Wobei, ich kriege die Kürbisse auch noch mit rein. Ah, cool. Da haben wir einen richtigen Schrank schon fast voll mit Auberginen. Kürbisse. Und daneben nehmen wir dann die Pilze. Ist halt die Frage, ob ich da dann noch vorbeikomme, wenn ich den Schrank jetzt hier so hinstelle. Ne, das ist schon wieder was. Das gefällt mir nicht. Das heißt, das machen wir auf jeden Fall nicht, weil ich möchte gerne hier weiter durchgehen können. Auch wenn ich das nicht muss. Ich könnte auch da hinten die ganzen Dinger hinbauen, aber dann muss ich halt immer außen rumlaufen. Und ich würde das auch gerne so lassen. Hm, ich könnte vielleicht an diese Seite noch was stellen. Ich glaube, so. Theoretisch kann ich den dann noch weiter nach da drüben schieben. Komme ich hier durch? Ja, alles gut. Und dann machen wir hier Pilz. Kann man vielleicht noch ein bisschen besser anordnen, dass sich das auch so gegenüber steht. Aber dann habe ich halt hier das Fenster nicht mehr frei. Und eigentlich will ich das nicht. So, wunderbar. Jetzt haben wir hier ein bisschen umgebaut. Haben wir hier eher ein bisschen noch mehr Lagerraum. Von außen sieht es natürlich gerade nicht so schick aus. Aber das kann man ja später nochmal machen, ne? Dass man das noch so ein bisschen angleicht. Jetzt haben wir da Wasser und hier auch Wasser. Ja, bin mir noch nicht so sicher. Überleg nochmal, was ich lieber wo haben will. Hier hinten wäre natürlich eigentlich optimal gewesen, oder? Um die Sachen aufzustellen. Aber dann muss ich halt immer außen rumlaufen. Wobei, so muss ich halt auch immer außen rumlaufen, ne? Hm. Naja. Kann auf jeden Fall nochmal mein Kobalt hier unterbringen. Und ich habe wieder Essen bekommen. Aber ich könnte auch schon wieder eine Bohne essen. Und weswegen ich ja eigentlich nach Hause gekommen bin, weil ich gerne den entschlüsseln wollte, den meinen neuen Mikrochip. Drückt die Daumen, dass da was Cooles ist. Was? Jetpack? Jetpack? Oh, wow. Das ist ja toll. Ist das hier? Jetpack? Ja. Ich kann es sogar herstellen. Was? Okay, ich brauche Schwarzpulver. Warte, Unterschied. Antrieb 190. Antrieb 170. Was war vorher? 50. 70. 190. Also bin ich noch schneller. Was hätte ich gegeben für einen coolen neuen Rucksack? Oder einen Sauerstofftank. Naja. Aber Jetpack ist auch schon sehr cool. Zwei Schwarzpulver. Dann brauche ich auch einmal das. Zweimal Osmium. Gott sei Dank habe ich noch was. Ich kann es ja noch nicht abbauen. Habe ich Schwarzpulver nicht auch schon produziert? Ich habe nur eins. Ach so, das war das mit dem Schwefel. Da hatte ich nicht mehr so viel Schwefel, ne? Eins, zwei, drei, vier. Okay, komm, ich mache mal noch eins. Oh, das wird aber dann schon ganz schön knapp. Ob das so eine gute Idee ist? Ich weiß nicht. Zwei, drei. Iridium. Sollten wir auch drüber nachdenken über eine neue Rakete? Eins, zwei, drei. Ja, jetzt habe ich nämlich ein Über. Das ist gut. Weil manchmal braucht man das ja einfach schnell. Hä? Jetzt brauche ich nur noch mein Jetpack in die Hand nehmen. Das werden wir ja wohl schaffen. Hier. Das. Und dann tauschen wir das ein. Gegen ein besseres Jetpack. Da kommt es. Guckt euch das an. Oh, jetzt muss ich noch anziehen. Oh, ich bin gespannt. Mal gucken, ob mir das auffällt, dass ich schneller bin. Das habe ich noch dabei. Okay. Müssen wir mal kurz raus was trinken. Look. Und vielleicht gehen wir dann einfach nochmal wieder hier zurück. Da hinten hin. Bin mir sicher, da habe ich noch nicht alles gesehen. Wobei, ich müsste eigentlich auch nochmal meine Rakete wieder starten. Oh, muss? Leute, guckt doch mal. Es ist grün. Oh, guck mal da. Was? Es ist grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Oder? Wie ging das? Ah, ich habe natürlich wieder alles hier gelassen. Vielleicht sollte ich nochmal wieder was für eine Kapsel einpacken, oder? Für ein Schild nochmal ein bisschen Magnesium. Ein Silizium. Habe ich noch genug? Oh, da. See. Nein, jetzt fängt es schon wieder an. Ich brauche zwei Titan und einmal Eisen. Tita. Titan. Hallo. Jetzt sehe ich gleich nichts mehr. Oh, ich kriege die Krise. Das müsste eigentlich alles sein. Jupp, das reicht. Okay. Und ein Dings für ein Schild. Ich bin ja vorhin hier rausgekommen. Deswegen gehe ich jetzt auch mal wieder hier rein. Oh, hier hätte ich auch alles aufsammeln können. Moment mal. Das steht doch nicht umsonst hier, oder? Steht das umsonst da? Nee, oder? Hier bin ich ja vorhin lang. Ach so, hier ging es rein. Ich muss das jetzt einmal kurz ausprobieren. Was passiert, wenn ich jetzt hier hochgehe? Nichts. Perfekt. Aber ich muss es einmal ausprobieren. Also der Wind ist jetzt gerade nicht so schlimm. Da passiert nichts. Hier geht es nicht weiter. Okay. Ich habe die ganze Zeit so Angst, dass ich mich irgendwie verlaufe. Ach, das ist Aluminium. Was ist das denn für ein gelber Finger? Das sind mir alles so gelb gerade. Hä, bin ich hier vorhin noch nicht lang gelaufen? Äh, scheint nicht so. Geht es hier auch noch hoch? Nee. Hier ist es irgendwie auch so hell. Warum ist es denn hier so hell? Geht es hier wieder raus? Es könnte sein, dass es hier auch wieder hoch geht. Hä? Ah! Achso! Hä? Was ist das denn da oben? Ich fliege da mal gerade hin. Da ist doch irgendwas. Da ist doch irgendwas. Ich muss was bauen. Ich baue hier gleich mal irgendwas hin. Was ist das denn? Hä? Was? Moment mal. Ich glaube, ich muss mal gerade hier Luft holen. Schnell, schnell, schnell. Tür. Ja, ja. Einmal kurz rein. Ich glaube, ich baue das auch gleich wieder ab. Es sieht nämlich ein bisschen so aus, als ob das hier zu Ende geht. So. Habe ich jetzt alles wieder gekriegt? Ja. Ich dachte zuerst, hier ist was. Aber irgendwie sieht das so aus, als sei hier Ende. Ist das hier Ende? Hä? Nee, Moment. Hier geht das runter in diese Schlucht, wo ich schon mal war. Ah. So. Und da geht es wieder zurück. Das ist meine Raketen. Ist das meine Raketenbasis? Ja. Und das ist der See da. Ach so. Okay. Jetzt sind wir hier hinten. Aber hier ist doch auch noch irgendwas. Oha. Leute. Hier ist ein Raumschiff abgestürzt. Was? Was? Okay. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Ich bin komplett abgestürzt. Huch. Na sowas. Wie konnte denn das passieren? Ähm. Ja. Ach. Man kann hier auch rüberlaufen. Na dann. Oh. Superlegierung. Was liegt hier denn hier einfach so rum? Voll random. Warte mal. Ist das auch Superlegierung? Nee. Hm? Nee? Warum lag denn da so random? Eine Superlegierung? Hm. Oh. Hier geht es auch lang. Ah. Ich balanciere. Stopp. Da oben. Da war was. Da hinten. War da nicht gerade eine Kiste? Da ganz. Nee. Ist das eine Kiste gewesen? Ich weiß nicht, ob das eine Kiste war. Ich glaube, hier baue ich gleich mal was hin. Das ist auch Superlegierung. Ich dachte gerade, das ist so irgendwie so ein kleiner Kobaltpropfen. Aber nee. War es nicht. Oh. Wir müssen hier genau hingucken. Hier liegt vielleicht auch Superlegierung rum. Wo eine ist, sind mehr. Da hinten. Da ist eine Kiste, glaube ich. Oder ist das keine? Ich weiß nicht. Aber könnte auch so ein Ding hier sein. Weil ich muss ja hier sowieso wieder rein und raus. Das heißt, ich setze hier einfach mal ein Wohnabteil hin. So. Und dann noch eine kleine Tür. Wollen wir erst mal kurz Luft. Vielleicht muss ich hier auch Sachen lagern. Oder so. Also ganz ehrlich. Das kann ich doch abbauen. Oder nicht? Hm. Nee. Schade. Das sah gerade so aus. Oh. Oh. Zerlegen. Moment mal. Wieso? Ah. Noch mehr? Hä? Noch mehr? Achso. Vielleicht war das so ein Hintereingang. Ah. Ich habe mir so einen Hintereingang freigemacht. Oder hier auch irgendwas? Da ist eine Kiste. Gib mir ein Chip. Oh. Osmium. Perfekt. Iridium. Ah. Hier sind gute Sachen drin. I like. Nehme ich mit. Wunderschön. Ah. Hier kann ich auch wieder was kaputt machen. Hier ist sehr vieles zusammengestürzt. Aber immerhin. Das ist wenigstens hell. Das ist finde ich ganz gut. Noch mal so eine Samen. Da kann ich wieder so Blumen anpflanzen. Das könnte ich generell nochmal machen. Verdammt. Schöner. Voll, ne? Ätzend. Ja. 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 Ein Chip. Ich liebe diese kleinen Kisten, wenn ich einfach wieder Chips finde. Miam Miam Chips. Trümmer zerlegen. Noch mehr Trümmer. Warte mal. Da stand doch noch gerade. Trümmer zerlegen oder nicht? Hä? Oder meinen die die? Vielleicht meinen die die. Da ist noch eine. Nein. Bitte nicht. Jetzt wird das dunkel. Lass das mal. Okay. Ich muss gleich nochmal wiederkommen. Nein. Da ist hier noch einer. Ähm. Wöchte was durchtauschen bitte? Äh. Warte. 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 Wir tauschen was. Ich lasse einen. Was lasse ich denn hier? Eisen. Dann nehmen wir den Chip nämlich mit. Kann man hier auch noch was zerlegen? Ne. Ich gehe wieder da raus, wo ich reingekommen bin. Hier geht es natürlich auch runter, ne? Ne. Wir gehen erstmal da lang. Oha. Kurz Lufttool. Und dann würde ich sagen, ja, vielleicht fliege ich nach Hause? Ne. Vorübergehenden Schrank bauen. So. So machen wir das. Dann tue ich die Sachen hier rein. Genau. Ach. Jetzt brauche ich ein Licht. Ich hasse es. Jetzt ist hier schon nicht dunkel drin und jetzt brauche ich trotzdem Licht. Ist das ätzend. Ich hoffe, es wird ganz schnell wieder hell. Haben wir hier hinten noch irgendwas übersehen? Manchmal liegen hier auch so ein paar Samen einfach random. In so einem Schrank drin. Aber hier weiß ich ja, hier hat man noch eine Kiste. Genau. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Und hier ist ja jetzt nichts mehr drin. Dann nehmen wir die auch noch mit. So. Jetzt haben wir vielleicht hier noch irgendwo was. Das blendet. Hä? Ach, da ist ja noch eine Kiste. Oh. Richtig viele Samen. Ja. Ich meine, gut. Wir brauchen jetzt auch Samen, um... Was ist da denn los? Voll grün. Ih. Samen, um diese Dings hier anzubauen. Diese Blumenwiesen und so. Hier ist ja noch eine. Was? Nein. Bäh. Ähm. Hm? Hä? Habe ich nicht. Das ist irgendwas. Habe ich nicht. Gleich zerlegen? Dekonstruktionschip T2. Oh. Oh. Ach. Das ist neu, glaube ich. Ich kann jetzt so Schränke hier, ähm, abbauen einfach. Da, diese ganzen Serverdinger. Das ist ja mega nice. Das ist, glaube ich, also das gab es vorher nicht. Das ist, glaube ich, auch neu. Hui. Komm, ich will das andere noch mitnehmen hier, das andere Zeug. Ja, ja, ich habe Durst. Ich weiß. Komm, das nehmen wir jetzt alles noch mit. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie kriege ich denn das andere Zeug hierher? Ich darf auch nichts übersehen. Nicht, dass ich da nachher irgendwie noch... Vielleicht habe ich hier einen zweiten Stock. Komme ich hier noch hoch? Komm, lass mich hoch. Vielleicht ist das hier auch so ein Geheimding. Nee. Hm, vielleicht komme ich ja anders irgendwie lang. Was ist denn hier noch? Komm ich da rauf? Ups. Okay, ich bin draufgekommen. Kann ich das auch zerlegen? Nee. Hm, das ist auch alles mit Solar. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche geheimen Sachen. Vielleicht gibt es hier auch noch eine goldene Kiste oder sowas. Nee, leider nicht. Aber ich werde mal gucken, ob ich da oben langlaufen kann, weil da ist auf jeden Fall noch was. Hui. Habe ich hier Essen gesammelt? Hm. Dann, äh, ich glaube, nee, aber da kriege ich mehr von. Verdammt, war das so viel, ne? Oh, hoppala. Ich sollte vielleicht nicht so viel mitnehmen. Ich brauche noch mal einen zweiten Schrank. Einfach nur sicherheitshalber. Ist ja egal. Aber ich muss richtig krass was trinken. Ich werde jetzt gleich richtig Durst kriegen. Ich habe nichts gefunden. Kein weiteres Trinken. Ich glaube hier. Da komme ich bestimmt. Ach so, warte mal. Nee, da hätte ich ja auch lang gekonnt. Oh nein. Naja, aber vielleicht ist ja hier auch was. So. Wir gehen jetzt ja kritisch. Ich weiß. Ich habe eine goldene Kiste gefunden. Alles klar. Oh. Ja. Nice. Zwei Stäbe. Und hier kriege ich ja auch wieder was, wenn ich das kaputt mache. Was kriege ich da nochmal? Äh, Aluminium und Superlegierung. Cool. Aber sonst war hier, glaube ich, nichts Spannendes. Jetzt muss ich da wieder hoch, wa? Mist. Naja, für eine goldene Kiste lohnt sich das. Gibt es jetzt hier noch ein bisschen mehr Superlegierung? Aluminium. Oh, ich muss was trinken. Oh, aber ganz dringend. Bin ich denn hier eigentlich rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nee, ja, oder vielleicht doch. Doch, da ist meine Kapsel. Da ist meine Kapsel. Ah. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich langgekommen bin. Aber egal. Ich habe das Gefühl, man kann sowieso irgendwie überall lang. Na, wie ich mich kenne, würde ich mich einfach trotzdem verlaufen. Ich versuche es jetzt einfach. Ich gehe jetzt wieder hoch. Kann ich das abholen? Nee. Es kann ja auch immer sein, dass hier unten noch irgendwas Spannendes rumliegt. Wie das da. Ja, vielleicht mache ich mal mein Licht wieder aus. Also, neues Glück. Wir starten nochmal. Ja, aber wisst ihr was? Wir machen das so. Weil ich habe ja da gesehen, dass hier was war. Deswegen versuchen wir es doch mal hier raus. Nee, da raus. Vielleicht geht es nämlich ja nur hier lang. Ach so, das ist alles Superlegierung oder wie? Ah, ich dachte, das ist Kobalt. Das sah so kobaltig aus. Da muss ich ja eigentlich einmal alles ablaufen. Nicht, dass ich da hier irgendwas verpasse. Drüben ist auch was. Kann ich darüber fliegen? Oh Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Oh, das ist voll gefährlich hier oben. Gott sei Dank kann ich fliegen. Halleluja. Komm ich hier wieder hoch? Nein. Daneben nicht. Oh, ich habe Aluminium gefunden. Genau das wollte ich ja. Ich habe gesehen, dass hier unten Aluminium ist. Deswegen bin ich extra runtergesprungen. Glaubt mir keiner, oder? Mann, oh, jetzt muss ich hier nochmal wieder außenrum latschen. Ich hasse es. Oder kann ich hier so hoch fliegen? Ich kann hoch fliegen. Hm, nicht schlecht. Okay, dann versuchen wir es jetzt doch mal hier lang. Weil da hinten sind wir jetzt gerade schon lang gelaufen. Ich werde bestimmt irgendwas übersehen. Da ist Aluminium. Äh, ich meine Superlegierung. Ah. Und da unten ist meine Kapsel. Falls ich jetzt noch keine Luft habe oder so, kann ich da runterhüpfen. Boah. Wow. Oh, da geht es nicht weiter. Ich habe Angst, da hoch zu fliegen. Ui. Dabei könnte es voll gut sein, dass hier irgendwas Geheimes ist. Da ist was. Ist da auch was? Hm, vielleicht kann ich hier im Kreis laufen. Ja. So. Was für ein Riesenlabyrinth. Ne, da geht es nicht weiter. Oh Gott. Das ist einfach sehr, sehr viel. Oh. Sehr viel Felsen. Ui. Und sehr viel Superlegierung. Oh, es ist total krass grün geworden in der Zwischenzeit. Wow. Wahnsinn. Das, wenn man mal kurz wegkommt nach Hause, sieht komplett anders aus. Da ist eine Kiste. Oh, bitte mach, dass ich noch den Platz habe. Ich habe gar keinen Bock, hier nochmal wieder hinzureißen. Oh nein. Das ist voll viel. Und hier ist noch richtig viel Superlegierung. Das ist gar keine Kiste. Nein. Jolle. Komm hier. Wie komme ich denn nachher wieder hoch? Äh. Vielleicht sollte ich einfach schnell irgendwo hingehen, wo ich mal kurz atmen kann. Ähm. Hallo? Hallo? Okay, vielleicht nehme ich auch einfach mal ganz kurz Luft. Also meinen Tank. Meinen Hilfstank. War da hinten irgendwo was? Ich bin in der Panik da nicht langgelaufen. Ja. Okay, gut. Ich glaube, ich nehme einfach mal den. Jetzt ist natürlich schlecht. Wenn mal wirklich irgendwas sein sollte, dann habe ich nichts mehr. Dann werde ich einfach kläglich verrecken. Ach so, hier ist auch noch was. Ich weiß immer gar nicht, in welche Richtung ich gehen soll, aber hier ist überall irgendwas. Da hat die Frage, komme ich da rüber geflogen? Schwierig, ne? Oh. Fast mal da gefallen. Oh, oh. Ah. Na. Gut, hat geklappt. Hui. Da ist auch wieder was. Oh, nee. Ah, es ist doch... Ich kriege das hier gar nicht alles mit. Hier ist überall noch Superlegierung. Ah, ist das... Da, da, da ist die Kiste. Das ist doch wichtiger. Nein, nein, nein. Nein, warum nehme ich die Superlegierung mit? Ich will doch die Kiste haben. Hab ich da rüber? Huh. Nein. Nein. Ja. Äh. Was? Okay. Cool. Nein. Ich kann einfach auch nichts hier lassen, weil alles ist wichtig. Ich... Oh, nein. Ich kriege die Krise. Ob ich das jemals wiederfinde? Pff, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was ich sonst hier lassen soll. Essen? Am ehesten essen. Ich hoffe, ich finde das hier irgendwann nochmal wieder. Das Problem ist, jetzt muss ich ja sowieso zurück, weil jetzt kann ich einfach gar nichts mehr machen. Es ist komplett irgendwo in der Mitte. Hier muss ich lang. Wow. Wow. Sieht ja so cool aus. Toll. Muss ich nur gleich noch meine Sachen wieder zusammenpacken? Musst ihr halt alle mit nach Hause nehmen? Das heißt, wir waren heute mal wieder die ganze Zeit unterwegs. Äh, hä, hä. Und haben eigentlich nicht sonderlich viel hergestellt und haben auch nicht wirklich irgendwas cooles Neues entdeckt, oder? Haben wir irgendwas Neues entdeckt? Ja doch. Mein Jetpack. Aber ich habe noch nicht mal gemerkt, dass ich jetzt so krass wie schneller war. Hm. Okay. Also wir haben auch wieder richtig gut Aluminium. Fast zwei Schränke voll. Das finde ich so krass. Wir haben halt einfach einen Schrank voller Superlegierung und ich weiß nicht wohin mit dem Rest. Was machen wir denn da? Äh, okay. Okay, warte, wir könnten vielleicht das Iridium kurzzeitig mal umlagern. Dann tun wir nämlich hier Iridium rein. So. Und haben dann hier kurzzeitig mal Superlegierung drin. Ja, wir müssen ja flexibel sein. Also, sehr gut. Wir haben einen Uranstab gefunden. Das ist wirklich viel wert. Und ich muss gleich mal gucken. Ich muss mir definitiv nochmal hier sowas herstellen. Ah, dafür brauche ich Kobalt. Dann nehme ich doch hier mal meine Kobaltreserve. Deswegen hat man immer so viel Kobalt. Und ich benutze das ja so gut wie gar nicht. Ja, ich muss jetzt mal meine Pflanzen hier einlagern. Ähm, ich könnte natürlich auch gucken, dass ich draußen... Ich habe einen goldenen. Uh. Ja, das müsste ich ja eigentlich direkt bauen. Ja, wollen wir das machen? Ja, komm. Ah, und ich habe doch auch noch gelernt, so ein Regal. Regal kann ich doch bauen. Hä? Die ist ja kleiner als die, oder? Ja, die sieht ein bisschen anders aus. Wasser. Und Essen habe ich halt auch nicht mehr. Oh, voll grün. Blumenstreuer. Zweimal Wasser. Zweimal Superlegierung. Zweimal Dünger. Perfekt. Zweimal Wasser. Superlegierung haben wir eh so viel. Da. Dünger haben wir, glaube ich, nicht krass viel, aber wir haben Dünger. Ja. Dann bauen wir einen Blumenstreuer. Hier haben wir ja nur diese guten, ne? Das sind ja die teuren. Aus den goldenen Kisten. Vielleicht bauen wir hier noch einen hin. 38,8 Energie. Boah, ich hoffe, es reicht. Möglichst nicht, dass das da so reinwächst. Okay. So. Dann setzen wir mal hier den da rein. Und gucken dann nachher, was passiert. Ich finde, das Gras ist schon ganz schön hoch. Man sieht halt kaum was. Wir kommen gleich wieder. Wo sind denn meine ganzen Bonen hin? Ich habe keine Bonen mehr. Hier. Oder nochmal wieder abernten. Ja, ich muss abernten. Das ist halt echt noch wieder so das Problem. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder keinen Platz. Naja, gut. Ich habe Schränke extra gebaut dafür. Aubergine. Das ist schon gut, ne? Ist schon gut. Kürbis. Und Pilz. Ja. Dann setzen wir hier noch wieder einen rein. Wir setzen einen rein. Ist gut. 95%. Wow. Ich hatte doch das hier gelernt. Vitrine. Kobalt, Eisen, Superlegierung. Kobalt. Eisen. Und dann haben wir jetzt noch eine von... Ne, von hier. Superlegierung. Aber wo baue ich denn die denn hin hier, die Vitrine? Wie breit ist denn die überhaupt? Ich habe gar keine Ahnung. Ich hatte noch nie eine. Ah. Oh, ah. Ne, warte mal. Die muss dann hier zwischen. Ob das jetzt hier so super toll aussieht, weiß ich ja nicht, aber wir bauen das auf jeden Fall da rein. Öffne Vitrine. Genau. Ist das egal, wie man das hier anordnet? Ne, warte mal. Wir machen immer eine Rakete, eine Kapsel, eine Rakete, eine Kapsel. Falls denn das auch so angeordnet wird. Ja. Wie sieht das denn da aus? Das ist ja völlig bekloppt aus. Das schwebt ja. Warum schwebt denn das? Weil das hier so erhöht steht? Oder wieso? Das ist ja strange. Das ist aber ein heller Sturm. Was ist das denn jetzt? Ne, das ist doch gelb. Ich wollte mal gucken, wie das hier aussieht. Ah, wow. Das sieht aus wie Wüstensand. War das nicht früher noch ein bisschen grün? Boah, guckt euch die mal an. Wie bei all diesen roten Blumen. Man sieht das ja besser, wenn man von oben guckt. Okay, vielleicht sollten wir nicht gucken, wann hier so ein komischer Sturm ist. Dann sieht es einfach nur sehr eigenartig aus. Aber ich sehe schon, dass hier um diesen Streuer oder generell um diese Streuer herum irgendwie mehr Moos entsteht. Hm, das würde aber ja heißen, dass ich hier überall noch welche hinbauen muss, damit es vielleicht etwas grüner wird. 36 Prozent. Hat die schon alle entdeckt hier, alle Mikrochips? Habe ich sie da liegen lassen? Ich glaube, ich habe sie dort gelassen. Ah, Doppelbett. Vielleicht baue ich mir generell ein eigenes Häuschen. So mein Schlafhäuschen. Was haltet ihr da denn von? Das fände ich ja richtig gut. Dann könnte ich da auch meine, hier so eine Vitrine reintun. Ich glaube, ich mache das gar nicht hier, sondern das hier ist eher so meine Arbeitsstätte. Sondern ich mache das woanders. Ich hole jetzt erstmal meine Sachen ab. Vielleicht hier irgendwo daneben baue ich dann nochmal so ein kleines Extrahäuschen. Kann ich eigentlich auch hinten rum? Ich versuche mal. Ich gucke mal kurz, was passiert, wenn ich hier lang fliege. Habe ich was zu essen dabei? Oh, oh. Habe ich was zu dringend gepackt? Ich hoffe. Weil hier hinten sah es offen aus, als ich da lang gegangen bin. Hier? Geht es hier rein? Geht es hier rein? Geht es hier rein? Ne. Hä? Oder doch? Geht es hier auch rein? Also irgendwie geht es hier... Ne, warte mal. Ich gehe mal einen weiter. Da waren doch diese Trümmer. Müsste ich doch sehen von hier. Oh, hier liegt auch so viel Zeug einfach noch rum. Ah, hier, guck mal. Da. Da waren doch so eine runden Dinger. So eine runden Trümmer. Genau, die habe ich nicht gesehen. Und die habe ich ja von der anderen Seite auch gesehen. Geht es jetzt hier rein? Ha. Siehste? Habe ich doch gewusst. Hab doch gedacht, das muss ja von hinten hier reingehen, weil hier war das ja so offen. Mhm. Ja, ich frage mich jetzt, wo war ich denn noch nicht? Also hier oben gibt es auch noch einiges, was ich mitnehmen kann. Da sind überall noch Superlegierungen. Die brauche ich aktuell allerdings nicht. Aber vielleicht sollte ich da oben nochmal lang, weil da sind bestimmt auch irgendwelche geheimen Kisten. Hm. Ich packe erstmal alles ein, was ich jetzt hier gesammelt habe. Vielleicht versuche ich das auch schon mal so ein bisschen zu sortieren. Dann muss ich das nachher nicht noch so krass sortieren. Oh, ich nehme schon mal die Chips mit. Okay, so einigermaßen sortiert werde ich mich jetzt mal nach Hause begeben. Wie komme ich jetzt am schnellsten nach Hause? Macht doch jetzt nicht schon wieder das Licht aus. Nee, nee, nee. Dann gehe ich lieber außenrum. Sonst weiß ich wieder nicht, wo ich bin. Ah, boah. Weiß ich schon so nicht. Alles klar. Geht es hier hinten noch weiter? Ich finde, es sieht nicht so aus, als würde es da weitergehen. Aber wir können es ja nochmal probieren, ne? Ich habe ja auch noch eine weitere Rakete gelernt. Wow. Wie grün das hier wird, wenn man um die Ecke kommt. Guck mal, wie cool das aussieht, wenn ich da so drauf zufliege. Das ist so voll. Das glimmt so voll. Sieht tatsächlich aus, so ein bisschen wie so eine kleine Stadt. Ist natürlich keine Stadt, aber... Ey, ich lasse mir doch meine Illusion, Mann. Sieht ja ein bisschen so aus. Und dann wird das hier so eine Straße. Oh, ich könnte auch mal eine Außenlampe bauen. Ja, mit Eisen und Magnesium. Oh, ich habe ja gar keinen Platz. Mist. Aber das sollte ich eigentlich jetzt ausprobieren, ne? Wenn es dunkel ist. Eisen und Magnesium, Eisen und Magnesium, Eisen und Magnesium. Gnesium, Eisen. Komm, ich will einfach so eine Lampe mal bauen. Ah, jetzt ist das schon wieder hell. Normalerweise freut mich das hier. Aber jetzt wollte ich ja einmal probieren, wie das aussieht. Oh, cool. So in die Mitte einfach. Ist das gerade? Das müsste man doch jetzt eigentlich auch aus der Entfernung voll gut sehen. Hm, schon wieder so ein Sturm. Braucht mehr Eisen. Ich würde gerne hier weiter bauen. Ich muss erst mal meine Sachen abladen. Ja, das wird auch schwierig hier mit den Pflanzen. Da brauche ich schon wieder einen neuen, äh, also einen neuen Schrank. Samen haben wir noch ein bisschen Platz, aber Pflanzen wird schwierig. Ich könnte ja eigentlich das hier mal umsortieren. Dann machen wir hier Pflanzen, Pflanzen, tu dann da Samen rein. Und dann machen wir lieber hier nochmal eins mit Essen. Den habe ich ja eigentlich leider auch so schlecht platziert. Habe ich auch wieder nicht nachgedacht. Ach, Mensch. Muss ich eigentlich auch nochmal wieder umsortieren. Mache ich hier vielleicht Bohnen rein. Okay, erstmal muss ich mich befreien von dem ganzen Rest hier. Ja, vielleicht sollte ich auch nochmal Superlegierung draufschreiben. Ich glaube, sonst bin ich irritiert. Genau so. Oh, Hunger und Durst. Ähm, dann esse ich mal eine Bowle. Und dann sind wir hier auch schon wieder voll. Und dann trinke ich mal Wasser. Ja, und jetzt kommt natürlich das Spannende. Jetzt entschlüsseln wir erstmal die Mikrochips. Einmal haben wir neuen Bauplan. Mikrochip Konstruktionsmenüfilter. Was? Was ist das denn? Hä? Das Teil hier. Mikrochip Konstruktionsmenüfilter. Blendet niedrigere Ebenen von Objekten aus dem Konstruktionsmenü aus. Hä? Hä? Was soll das heißen? Superlegierung, Magnesium, Silizium. Ja, dann nehmen wir das erstmal mit. Auch wenn ich nicht genau weiß, was ich damit anfangen soll. Ich stelle das mal her. Das sagt mir so ungefähr gar nichts. Was bringt denn das jetzt? So, und jetzt? Blendet niedrigere... Oh, Heizung. Stufe 4. Ja. Oh, Heizung Stufe 4. Heizung Stufe 4. Wo ist sie? Wo ist sie? Da, Iridiumstäbe. Oh, ich glaube, ich muss mir Iridium runterholen. 51 Energie. Brauchen wir denn gerade so viel Wärme? Wir brauchen bestimmt Wärme. Ich würde ja sowieso gerne so ein kleines Heizungshaus, also so einen Heizungsturm machen. Der sieht bestimmt auch sehr schick aus. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge mal so eine, generell so eine Baufolge, wo ich dann so... Was macht mein Haar da? Wo ich mir so ein Häuschen, so selber ein Häuschen baue und vielleicht einfach so einen Heizungsturm oder so, ne? Da hätte ich voll Bock drauf. Das Erschlüssel nochmal. Oh, GPS-Satellit. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Haben wir die eigentlich schon? Wir haben auch gar keine zweite. Ich glaube, das Problem lag bei den Stäben, bei diesen Superlegierungsstäben und die kann ich ja noch nicht herstellen. Hopp. Guck hier mal rein. Was braucht man denn? Also, Asteroinbla, das ist für Uran. Das haben wir schon mal gemacht. Das haben wir schon mal gemacht. Ne, haben wir das schon mal gemacht für Iridium? Hatten wir Iridium uns mal eine Rakete runtergeholt? Ich glaube nicht unbedingt. Wir sollten auf jeden Fall eine steigen lassen, denke ich mal, damit sich hier wieder was tut. Weil wir müssen das immer nutzen hier, den Multiplikator. GPS-Satellit 1, den haben wir, das weiß ich. 2? Weiß ich nicht, ob wir den haben. Ich glaube nicht. 3? Den können wir nicht. Da brauchen wir nämlich dieses Superlegierungsstabs. Ne, da brauchen wir zwei. Was? Und Leiterplatten? Wie machen wir die denn? Karteninformationen. Die können wir auch noch nicht. Tja, das ist jetzt die Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich GPS-Satellit T2 habe. Bessere Positionsdaten. Hm. 2x Mikrochip-Kompass und 3 Superlegierungen. Ich gucke nochmal. Ich müsste ja das hier haben. Kann ich da runter? Ne, kann ich nämlich nicht. Ach so. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal rauszoome, sehe ich noch mehr. Ach so. Okay, warte mal. 2x Mikrochip-Kompass. Da brauche ich 4 Aluminium. 2 Aluminium. 2 Magnesium. 2 Silizium. War das richtig? Ja. Davon brauche ich 2. In der Hoffnung, dass das jetzt stimmt. Da brauche ich 3x Superlegierung und ein Raketentriebwerk. Wo ich ja noch welche hergestellt hatte. In Weise verreißig, dass ich das brauchen werde. Also schicken wir eine GPS-Rakete nach oben. Weil den Rest können wir ja noch nicht machen. Hallo, Herr GPS-Rakete. Äh. Ach so sieht die aus. Die hat dann solche Dinger hier dran und die schickt jetzt irgendwas. Ich hoffe, dass ich die noch nicht hochgeschickt habe, aber ich glaube nicht. Und ich hoffe, sie piekst da oben nicht irgendwas an und dann kommt wieder irgendwas runter, was ich nicht hier unten haben will. Naja, wobei, bisher kam eigentlich noch nichts, was ich nicht haben wollte. Und ich wurde auch noch nicht erschlagen. Ich meine gut, ich habe mich immer noch retten können, aber kommt da was? Oh, ich denke mal, da kommt was, aber nein, da irgendwas fliegt da. Das ist nichts. Nö, alles gut. Es tut sich nichts. Oh, super. Heißt aber, ich könnte theoretisch direkt noch eine losschicken. Oder aber ich hole den Rest von meinen Sachen erstmal ab. Müsste ich ja nämlich auch machen. 43% Moos. Wuhu. So, jetzt gucken wir mal, was uns das hier sagt. Wir haben GPS-Satellite 2. Bessere Daten. Leute, guckt mal. Jetzt können wir nämlich hier sehen, was um uns rum passiert. Die Frage ist nur, was bringt mir das? Oder zeigt es mir einfach nur, was so ist, dass ich mich so ein bisschen besser orientieren kann? Kann ich hier Dinge schieben, ziehen? Nee, kann ich nicht. Hier kann ich genau sehen, wie die Dinger hier laufen. Das ist natürlich ganz cool. Und ich sehe, wo es schon grün geworden ist. Aber das ist eigentlich mehr hier so um meine Basis herum. Hier ist überall noch nichts angekommen. Ob sich das vielleicht verändert von den Dingen aus gesehen? Also so, dass sich das quasi so entwickelt von den Sachen, die ich halt bearbeite? Stimmt, oder? Ich würde jetzt einfach nochmal den Rest abholen. Ah, bevor ihr mich... Beziehungsweise ihr guckt mal kurz nicht hin. Und dann baue ich das hier mal gerade ordentlich, weil das sieht nicht so hübsch aus. Okay, das ist doch schon viel besser. Das muss ich jetzt nur noch sortieren. Bohnen. Ich habe wahrscheinlich nicht ganz so viele Bohnen. Hier machen wir Kürbis. Und dann hier Pilz. Theoretisch fehlt ja noch Aubergine. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich da verschiedene Orte für brauche. Weil eigentlich brauche ich die ja nur zum Arbeiten. Und das ist eigentlich eher mein Essen, ne? Also die Bohnen. Oh, jetzt kann ich tatsächlich auch abbauen. Dann lohnt sich das ja wenigstens. Vielleicht sollte ich dann doch nochmal hier einmal einen weiteren Schrank bauen, damit ich alles hier habe. Ja, komm, jetzt ist es wenigstens gleich. Aubergine. So. Kürbis noch einsortieren. Pilz einsortieren. Ach, das sieht doch auch gut aus. Und dann kann ich das nämlich eigentlich umlenken, oder? Ja. Verdammt. Ich glaube, ich muss gleich einen Kürbis essen. Ich habe keinen Platz mehr. Egal, ich habe Egratora. Oh, super. Ich habe zu viele Kürbisse. Oder ich sollte sie mal essen. Dann mache ich nämlich nicht hier Essen hin, sondern mache ich da Samen. Lermen. Hol mir hier die ganzen Samen raus. Tu sie da wieder rein. Und ich weiß ja, ich habe zu viele Pflanzen. Dann kommen nämlich hier gleich die Pflanzen rein. Hahaha. Die sind nämlich hier voll. Trinken. Oh, wie schön mit den Blumen. Oh, ich liebe es. Mit den Blumen. Es ist so schön. Farbe ändern. Vielleicht nicht ganz so hell. Vielleicht ein bisschen gelblicher. Ich sehe das ja jetzt noch gerade noch nicht in dem Licht. Wow. Voll cool. Ja, ich fliege jetzt wieder nach da hinten. Ich glaube, ich fliege außenrum. Oder auch nicht. Einfach links halten. Hier oben ist irgendwo, glaube ich, die Kiste. Ah, da ist ja meine Kapsel. Ja, guck mal. Einfach immer geradeaus, dann komme ich hier hinten auch an. Mal gucken, ob ich hier hochfliegen kann. Ha, ja. Na, jetzt habe ich, glaube ich, sogar auch den Platz für alles. Und vielleicht sogar auch für die Schränke. Äh, nicht ganz. Zwei Plätze habe ich noch. Ich glaube nicht, dass ich hier die Kiste mitkriege. Ich bin bei zwei freien Plätzen leider. Boah. Aber das hier könnte ich ja noch mal mitnehmen. Hm. Alles, was ich jetzt noch so sehe, nehme ich mit. Boah. Fast runtergefallen. Nein, jetzt sehe ich da die Kiste. Ätzend. Jetzt sehe ich die Kiste, wo ich gerade voll bin. Hm. Kannst ja vielleicht wenigstens mal tauschen mit dem Iridium. Oh, ich bin einfach abgestürzt. No. Okay. Da geht's raus. Oh, Gott sei Dank. Da ist ein Pfeil. Ich war gerade schon leicht panisch. Ich dachte so, äh? Wo, was? Ah, ich habe doch, glaube ich, gerade so ein bisschen Eisen dabei. Dann könnte ich ja vielleicht hier mal was dran bauen. Na, geht das? Ja. Äh. So, ich weiß noch nicht so genau. Wie kriege ich denn jetzt hier meine Stadt hin? Ich habe keine Eisen mehr, ne? Äh. Doch. Oh nein, ich kann einfach nur nicht hier drauf. Warum kann ich denn das nicht kaputt machen? Egal, ich räume das jetzt erst mal hier ein. Oh, oh. Das ist auch schon wieder voll. Nee, aber noch gut. Noch gut voll. Ah, vielleicht sollte ich mir mal angewöhnen, noch mehr Platz immer zu haben. Also, dass ich für alles so zwei Schränke bekomme. Oh, jetzt ist er aber wirklich voll. Uh. Naja, aber ich brauche ja für diese neue Heizung, brauche ich ja so viele Stäbe, ne? Hm. Okay, jetzt muss ich mal nachsehen. Ich kann ja die kleineren mache ich nach links und die höheren mache ich nach rechts. Das ist dann jetzt das höchste hier. 300er. Okay, dann machen wir ja ab 300er. Die kleinen kommen hier rein. Ja, so ungefähr. Und die größeren kommen dann da hin. Den würde ich auch gerne mal anpflanzen. Wir haben überall so rosa Blumen. Oh, jetzt ist es dunkel. Cool. Guckt euch das mal an, wie cool das aussieht. Wow. Mit Licht. Hä? Mega. Und hier können wir dann nächstes Mal weiterbauen, ne? Das habe ich allerdings hier überall unten drunter noch. Steine. Oh, das ist ätzend. Das hier würde ich gerne einfach wegmachen. Sieht so nice aus mit dem Licht. Und mit den Blumen. Wie cool ist das? Wow. Wie sieht es eigentlich mit meiner Energie aus? Oh Gott, ist das viel. Wow. Ich habe ja noch richtig viel Energie. Ich wollte nochmal vergleichen. Äh, nee, hier nicht. Wie war das nochmal? Mit den Heizungen. Ach ja, stimmt. Da brauche ich ja Schwarzpulver für. Und richtig viel Superlegierung. Ah, nee. Jetzt checke ich, was dieser Chip macht. Ich sehe halt einfach nicht mehr. Ne, den Chip will ich nicht. Der ist ja richtig doof. Der kommt wieder raus. Nö. Weil dann sehe ich nicht mehr, was die kleineren Sachen waren, die ich bauen konnte. Und dann kann ich gar nicht vergleichen. Also ich mache das ja gerne, dass ich hier mal so gucke. Was ich für eine Heizung habe. Seht ihr das? Ja. Okay, so seht ihr es besser. Die Heizung, die ich nämlich jetzt habe, bringt 28,5 Wärme. Die neue bringt. Was? Moment mal. 538? Hä? Die kostet 17 Energie. Und die, oh mein Gott. Das ist natürlich auch sehr viel, ne? 51 Energie. Aber ich könnte ja theoretisch, ich kann ja alle wegmachen dafür. Und wie viel Luftdruck das bringt. 35,5 statt 0,6. Das ist ja, hallo? Und wenn ich drei mache, habe ich auch meine Iridiumstäbe wieder da. Das ist natürlich schwierig mit Superlikierung und Schwarzpulver. Ja gut, aber ich glaube, das würde ich so machen. Ich würde drei einfach abreißen und dafür eine neue bauen. Das ist ja völlig krank. Aber die passt doch bestimmt nicht mehr irgendwo nach drinnen. Sollen wir es mal testen. Hehe. Schwarzpulver. Habe ich noch ein Über? Ja, ich habe sogar zwei Über. Ach ja, das war ja das Schwefelproblem. Na gut, dann nehme ich erst mal das. Und dann werde ich mal vorher... Ich meine, ich will das ja eh umsetzen eigentlich, ne? Aber ich würde es doch gerne mal ausprobieren. Komm, wir probieren es einfach mal aus. Nein, ich möchte nicht das Wohnabteil zerlegen. Hallo. Heizung. Genau, Heizung möchte ich zerlegen. Eins. Zwei. Und? Hallo. Die hier auch, bitte. Drei. Okay. Das haben wir zerlegt. Und dann bauen wir... Ach ja, da war ja was. Ich habe keine Superlegierung. Bohrerstufe 4. Neuer Bauplan. Ja, ich weiß. Okay, okay, okay. Ich komme ja gleich. Bohrer. Bohrer, Bohrer, Bohrer. Bohrer, Bohrer. Das passt hier bestimmt nicht rein. Nein, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Es ist einfach zu riesig. Kann ich es aufs Dach setzen? Ich könnte es aufs Dach stellen. Heizung auf dem Dach. Warum nicht? Ja, hier kommt sich das irgendwie in die Quere. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Ah, ich könnte hier noch... Ich könnte ausbauen hier oben. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr Titan dabei... Oh, warte mal, doch. Na dann bauen wir hier noch ein bisschen aus. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug Eisen. Aber dann kann ich hier hinten so eine Heizung mal draufsetzen. Ja, dann lohnt sich das ja gar nicht, so einen Heizbaum, also so einen Heizturm zu bauen. Dann mache ich das ja lieber so, dass ich hier oben was draufsetze. Das sieht vielleicht auch ganz cool aus. So, jetzt müssten wir mal nachsehen, wie sich das entwickelt hat. Guck mal, jetzt haben wir nämlich hier voll krass viel Platz. Und das Ding hier, die beiden Dinger, die lohnen sich ja auch nicht. Also wenn man den Vergleich hat zu dem anderen, lohnt sich nicht. Dann kann man die kleinen Dinger, kann man wegbauen. Bringt nix. Ich trinke mal. Und wir haben sogar noch einen Iridiumstab über. Was ist denn jetzt hier so? Jetzt müsste ich ja hier viel entwickeln mit der Wärme. Das müsste eigentlich ziemlich abgehen. Aktuelle Stufe mit Moos. Wir sind bei 51 Prozent. Vielleicht lassen wir noch eine Rakete hoch, oder? Ich hätte irgendwie richtig Lust, noch eine Rakete hochzulassen. Eine so. Baumrinde. Hab vergessen, was ich brauch. Ah, nein, ich muss immer nachgucken. Ach ja, stimmt. Lirmasamen. Hör, die kann ich ja nicht nachproduzieren. Was ist denn, wenn die alle sind? Ist denn das dann so schlau, das jetzt zu machen? Pflanzen 1000 Prozent, weil 1000 Prozent auf was? Aber ich meine, gut, wenn, dann brauchen wir es ja jetzt. Weil jetzt soll sich ja das Moos ausbreiten, ne? Hm. Lirmasamen, Dünger und zwei Superlegierungen. Ich hab tatsächlich gar nicht so viele. Verdammt. Ich hab bestimmt noch irgendwo welche gelassen. Ich hab die nicht mitgenommen, weil ich dachte, die sind nicht so wichtig. Ah. Hm. Ist halt die Frage, ob ich nicht vorher vielleicht irgendwas noch bauen sollte, was jetzt hier noch mehr bringt. Mit sowas wie noch ein Blumenstreuer. Ich glaube, wir sind ja jetzt an der Zeit gerade, wo wir das Moos zum Wachsen bringen müssen. Weil wenn das für Moos gut ist, brauche ich die Dinger danach ja sowieso nicht mehr. Heißt also, ich würde vielleicht gucken, dass ich nochmal einen Blumenstreuer baue. 38 Energie brauche ich dafür. Ah, locker. Nehmen wir dann nochmal ein paar hübsche Blümchen. Die da. Hoffentlich habe ich das noch. Nein, da brauche ich schon wieder Dünger. Dünger, zweimal Wasser, zwei Superlegierungen. Ah, hab ich da locker genug. Aber Dünger. Nein, mein Schwefelproblem. Ah. Zwei Schwefel. Aubergine. Eins, zwei, drei, vier. Achso, und richtig viele Algen brauche ich dann. So müsste es eigentlich jetzt genau hinkommen. Eins, zwei. Zwei reichen nur, ne? Ja. Puh. Ja, so kriege ich es auf jeden Fall hin. Aber wo? Wo baue ich jetzt noch eine? Wah. Keine Ahnung, wo ich gegengelaufen bin, aber irgendwo. Ähm. Ja. Ich würde sagen, vielleicht in diese Richtung noch. In die andere wäre natürlich auch cool. So, jetzt haben wir halt hier überall Blümchen dann. Der noch da rein. Sehr viel Sauerstoff. Hm, na Pflanzen. Äh, sollen wir den hier vielleicht mal woanders hin tun? Weil das sieht jetzt nicht so hübsch aus. Bohrer-Zettel. Ah, wir haben ja eh einen neuen Bohrer gelernt. Das ist ja sowieso vielleicht viel schlauer. Oh, weil ja. Der braucht dreimal Osmium. Wärme, Luftdruck, 17. Was? 459. Aber hier war natürlich kein Osmium drin. Wie viel Osmium haben wir denn? Da würde aber ja auch ein Bohrer reichen. 45 Energie müssten wir, glaube ich, sogar auch haben. Und sehr, sehr viel Superlegierung. Vielleicht baue ich einfach alles ab. Auch die kleinen. Und mache einfach nur einen großen mit. Ähm. Welche brauchen wir da? Sechs. Sechs Superlegierungen. Drei Osmium. Ja. Wir bauen ein bisschen um. Das wären sechs. Sechs Superlegierungen. Wir müssen uns ganz dringend darum kümmern, dass ich irgendwie Osmium abbauen kann. Ich nehme den schon mal. Puh. Hier hinten hin so. Ich hoffe, der geht da nicht unter. Oh ja, zur Not. Sonst wieder umbauen, falls das nicht geht. Und hier bauen wir weg. Weg damit. Wie voll bin ich? Sehr voll. Gut, dann müssen wir das erstmal wegbringen. Und die anderen sind wahrscheinlich eh schon unter Wasser. Oh, die muss ich eh wegbringen. Naja, immerhin habe ich ein bisschen Eisen gekriegt. Das kann ich auch mal gut gebrauchen. Äh. Eieieieiei. Aber jetzt weiß ich, wofür ich das Ganze, die ganze Superlegierung brauche. Dafür. Aber, warte mal, ich dachte, ich hätte so viel Aluminium verbraucht. Hä? Scheibenbar doch nicht. Ach so, ich wollte ja... Ich wollte doch die Rakete starten. Deswegen habe ich auch noch den Dünger dabei. Das war, glaube ich, nur dreimal Superlegierung. Nur ist gut. Das ist ja schon viel. Oh. Kein Platz mehr. Dann lagern wir den mal da ein. Oh, ich hasse, dass man das so unübersichtlich ist. Würde aber wieder direkt am liebsten einen neuen Stamm, äh, einen neuen Schrank bauen. Stamm. So, das jetzt, jetzt machen wir das noch, aber das reicht dann aber auch, ne? Okay. Machen wir noch eine Pflanzenrakete. Die brauchen wir ja jetzt. Nahrungsniveau niedrig. Ach so, bei mir. Ich dachte gerade so hell. Oh, die sieht so schön aus. Ich liebe diese Rakete. Die ist wunderbar. Rakete starten. Yay. Ciao. Ah. Jetzt kommen gleich schöne Sachen. Und? Und wo kommen meine kleinen Glühwürmchen? Ja, langsam. Langsam kommt es. Da sind sie. Da sind sie. Ich habe doch schon auf sie gewartet, auf die wunderschönen Glühwürmchen. Ich gucke jetzt nochmal hier rein. Nein, rein. Hallo. Jetzt will ich nämlich sehen, wie sich das verändert. Das geht schon schneller, oder? 58. Wir haben richtig, also einen guten Sprung, finde ich, heute gemacht mit den Dingern. Sauerstoff geht auch hoch. Ah, man sieht generell, dass sich hier ziemlich schnell ziemlich viel verändert. Da auch überall. Biomasse. Wow, wie lange das noch dauert bis zum Nahrungszüchter. Puh. Und ich freue mich, wenn ich endlich mal Bäume anpflanzen kann. Falls ich das überhaupt selber kann. Ich weiß es gar nicht. 58. 9. Vielleicht klacken wir noch die 60. Ih, alles richtig grün hier drin. Na? Ja. Guckt euch das an, wie schön grün das alles ist. Ach, ich nehme die mal wieder mit. Ich habe eigentlich viel zu viel. Ich weiß nicht, wohin damit. Hier vielleicht erstmal hin. Aber essen könnte ich ja. Ich nehme mal Kürbis. Und noch einen Kürbis. Ja. Weil ich so viele habe. Ich tue mal hier den Rest Aluminium rein, oder? Ne, weiß ich auch nicht. Kann ich das hier? Ja, komm. Vielleicht kann ich das rüberholen. Ah, sehr schön. Da kommt hier erstmal Aluminium rein. Oh, ich habe es aus Versehen fallen lassen. Huch. Äh, ja. Ich mache vielleicht noch einen klitzekleinen Schwefelflug, weil ich habe so ein Problem, dass ich kein Schwefel mehr habe. Ach so, was mir auch gerade noch einfällt, ne? Wenn wir wirklich mal ein Iridium-Problem haben sollten, was ich ja vorhin dachte, stelle ich hier einfach meinen Bohrer rein und dann bekommen wir ja Iridium. Das ging ja, weil ich mich richtig erinnere. Na, ganz am Anfang hatte ich ja hier Iridium drin, ne? Ah, mein Gott. Ich muss viel häufiger hierher kommen. Ich kriege hier zu wenig Schwefel raus. Ah, da ist noch was. Ich latsche mal ein bisschen durch die Gegend. Trinke vielleicht nochmal ein Wasser. Ja, hier, guck mal. Da habe ich ganz viel nicht mitgenommen. Da ist ja eine Kiste. Hä? Ah? Okay. Ich war hier noch nie. Upsi. Aluminium. Nein, warum nehme ich jetzt Aluminium mit? Das brauche ich doch eigentlich gar nicht. Ich gehe gerade so ein bisschen rechts am Rand. Nicht, dass ich mich hier verlaufe. Es staubt so sehr. Oh, ich bin eh voll. Muss zurück. Ah, guck mal. Wenn ich fliege, kann ich besser gucken. Ich kann zwar besser gucken, aber ich sehe dann unten nichts mehr. Ich bin wieder zu Hause. Langsam wird alles ganz schön voll. Hä? Also noch geht es. Wobei Aluminium geht halt einfach gar nicht mehr. Das ist jetzt auch keine Superlegierung mehr, sondern das ist jetzt Aluminium. Äh. Okay, wir werden jetzt mal wieder um. Aluminium. Hier habe ich auch keinen Platz mehr. Dann ist das vielleicht kein Aluminium. Dann ist das hier eine Restekiste. Ah, aber das war richtig wichtig. Kobaltreste. Ich glaube, ich muss einfach viel häufiger mal so eine Sauerstoffkapsel benutzen. Samen. Nein, die ist ja auch fast voll. Könnte ja nur ein paar Bohnen. Aber wobei, eigentlich brauche ich das auch nicht, ne? Bin eigentlich hier quasi gerade wunschlos glücklich. Und diese Rosa Blumen. Die sehen auch sehr interessant aus. Hopp. Kann ich hier nicht mal oben rauf kurz? Die sehen auch süß aus. Jetzt haben wir hier alles Mögliche, ne? Ich hätte die auch gerne irgendwie so vermischt. Aber es geht ja leider nicht. Ich war ein bisschen weg. Mal gucken, wie es aussieht mit dem Moos. 64 Prozent. Wow. Wow. Was brauche ich dafür? Kobalt und Eisen kann ich ja Fenster bauen. Und theoretisch könnte ich halt auch hier drinnen Fenster bauen. Jetzt ist da schon wieder so dunkel, Mann. So, wisst ihr? So als Wand kann man das bauen. Hier dazwischen beispielsweise. Weiß halt nur nicht, ob ich das jetzt wieder wegkriege. Danach. Eigentlich sind Wände doof. Einfach nur, um sie mal zu bauen. So. Jetzt haben wir hier mal eine Wand gebaut. Ich meine, hat was, ne? Also sieht schon nicht schlecht aus. So eine Wand. Jetzt kann man hier quasi wieder rüber. Einfach mal so eine Wand irgendwie so dazwischen setzen. Das ist schon ganz cool. Ja, na gut. Also, ich würde sagen, dass für heute reicht das mal wieder. Und dann beim nächsten Mal bauen wir was Hübsches. Und gucken nebenbei, dass natürlich hier die Sachen noch ansteigen. 67 Prozent. Das wird was beim nächsten Mal, Leute. Beim nächsten Mal haben wir bestimmt die nächste Stufe erreicht. Und vielleicht kommen wir dann endlich mal hier weiter. Ne, nicht beim Doppelbett. Naus, Züchter. Oder auch nicht. Ach, warum dauert das denn so krass lang? Wahrscheinlich brauche ich noch sehr, sehr viel mehr von diesen Blumenstreuern. Ich habe auch noch ein bisschen Energie. Ja, vielleicht sollten wir das auch nochmal machen beim nächsten Mal. Okay, also, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen an. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Nein, Leute. Ich habe einen neuen Saatgutsstreuer erhalten. What? Okay. Beim nächsten Mal gibt es einen neuen Saatgutsstreuer. Tschüss. Bis dann. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020